so hallo 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 da sind wir wieder die maus stört mich controller geht sehr schön wir waren ja hier und ich will verrebecker benutzen großes problem wir haben keinen inventarplatz mehr das ist natürlich bitter und wir müssen jetzt irgendwie weiterkommen irgendwie müssen wir jetzt weiterkommen hmm karte wir schauen auf der karte nach wo wir hin müssen es frage ich mich wir gehen mal kurz zurück was hier nochmal war ich muss mich kurz orientieren ich muss mich nur kurz orientieren hier war die tasche hier gibt es sonst nichts ja hier war die tasche ok ich muss jetzt nur wissen wo noch mal dieser das ist so doof dass wir so wenig platz im inventar haben wir müssen jetzt ok das war seine fuhr das waren seine fuhrspuren fach falsch taste das hat sich bis an dem spiel gerade sehr weil wir halt echt gerade mit dem inventar limit hier kämpfen so was hat er dann auch alles ich habe eine idee ich habe eine idee wieso machen wir es nicht simpel hier damit wir einen slot hier haben lassen wir einfach die farbbänder hier ablegen ja dann haben wir hier platz weißt du und hier stimmt wir haben die greifhange erhalten wir müssten irgendwie im waggon drei war das oder so ähnlich ne waggon drei so ich wollte nochmal gucken was wir machen können wir können ja schon mal einen teil dann nehmen oben haben wir schon alles wie es aussieht da ganz hinten sind ja so so viele sachen ich muss ja nur gucken wann und wo wir den greifhaken benutzen können so wo waren die gegenstände noch nicht hier sheesh come on hallo natalie did you eat something i hope so if not i'm banning you and please don't tell me soup again oh und juhu kodat also wrote something sorry kodaps er ist jetzt gesehen habe juhu zurück so hier wie right back ok 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 dreh wo ist hier was ah billy ja stimmt die flasche hier war ne war das ja ne wollen wir noch nicht ich muss jetzt mal gucken wo ich lang muss da das nehmen wir erstmal mit hallo achja billy muss das nehmen ja und jetzt auf einmal kurz zurück oh warte ne bessere idee bessere idee nein nein fuck falsch dass sie wieder ja partner sie bleibt hier dann können wir ja viel viel schneller zurück switchen da muss ich muss ja den ganzen waggon nicht ablaufen ich bin mir ziemlich sicher dass ich den einen ring hier brauche und dann und dann so ich möchte mal kurz das trinken so und dann hier hin so ja 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 ich will das die tasche aufheben hallo ja stimmt die sind voll einen moment ablegen ablegen so bah jetzt weh das sind auch zwei plätze ein nehmt nur ein platz ein ne oh fuck ja kombiniert ja untersuchen jetzt brauchen wir noch die andere stelle ups ablegen wollte ich spray ja so sehr schön jetzt müssen wir halt nur gucken was haben wir denn noch hier ähm da ist die flasche ich muss halt irgendwo den greifen haken benutzen das weiß ich wir haben halt einen spray und kerosin ah das ist das dach und das ist erdgeschoss nur frage ich mich jetzt wo wir den haken benutzen können so guck mir mal das feier wo war es denn nochmal e2 dritter wagon können wir mal direkt gucken karte wo ist der dritte wagon falls wir ihn sehen keine ahnung so ist das fenster hier offen eigentlich ist das fenster hier offen eigentlich ups falsch tasse wieder geht das die bomb mit dem greiferhackern nein hier vielleicht gehen wir nochmal hoch wir müssen jetzt irgendwie weiter kommen gucken wir mal ob wir ein offenes fenster haben ich glaube hier braucht man feuerzeug mit dem kerosin ne oder oder reicht auch ein schuss da drauf ich weiß es nicht aber wir brauchen definitiv feuer also da bin ich mir ziemlich sicher dass wir es verbrennen müssen aber wo benutze ich denn den greiferhackern das irritiert mich halt wir müssen ja auch im koffer das koffer irgendwie öffnen ja hier ist auch nix ne verdammt ich muss jetzt irgendwie zurecht kommen das war hier hoch wieder ja ja obwohl wo wollen wir hier hin kommen wo wollen wir auch hin kommen ja wieder eine gleich stelle das bringt ja nix das wollen wir nicht wir gehen nochmal oder wir gehen wir gehen nochmal zurück ja irgendwie muss ich auf das andere dach kommen irgendwie muss ich auf das andere dach kommen weil das ja da geht es von der probe schon weiter heißt eventuell ja ich gucke ich probiere es mal ich probiere es mal so hier runter zurück jetzt sind wir beim anderen wagon jetzt müssen wir mal gucken ob wir von hier aus irgendwie hoch kommen können ist irgendwo ein fenster offen oder so ist irgendwo ein fenster offen oder so der fuck ist das oh durchs fenster sehen sie eine kaputte leiter aber die nützt ihnen nichts ich dachte das wäre irgendwie so ein schalter oder so aber das hier ist das fenster offen kann ich hier durch kann ich hier durch eventuell meinen greifhaken benutzen ja aha das ergibt sinn und da wollen wir jetzt runter sieht aus als befinde sich unterhalb des spals ein passager abteilt durch die spal springen ja bitte oh leute besser der ist noch nicht tot na wow junge wie tanky kannst du das jetzt aufheben Messer äh nein wir haben doch schon ein Messer steh auf fuck ich bin fast tot ne ja warnung verwenden wieder gesund scheiße ich bin so doof ist doch so eng hier hey da sehr schön jetzt aber ich habe nur noch 8 Schuss wir müssen vorsichtig sein was ist das denn ein Ring also so eine Ringbox meine ich ja Schmuckkasten genau ich kann auch das Wort nicht äh ups ja da so öffnen ja ich wills öffnen Bruder ja da ist der zweite Ring da ist jetzt was drin jawoll Silber Ring endlich so was passiert wenn ich diesen ist das jetzt so ein Selbstverteilungsmesser wie aus ähm Resident Evil 1 oder ist das einfach nur hallo nehm ich mal kurz mit oder hab ich jetzt zweimal Messer ups zweimal Messer ne ablegen so ok 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 jetzt können wir auch die Tür wahrscheinlich aufmachen die von der anderen Seite alter hab ich mich erschreckt uuuhh scheiße komm ich hier hoch fuck was mach ich denn jetzt oh nein wenn ich wenn ich das ist hier ah da kam ich wahrscheinlich nicht rein heißt wenn ich jetzt ähm mit Jill dahin komme ich wechsle mal mit ich wechsle mal zu Jill du das Problem ist wir haben jetzt keine Slots mehr ne können wir wissen wie ne wir können es ja nicht tauschen weil er weit weg ist ok jetzt gucken wir mal ob wir einen Unterschied bewirken können geht sie jetzt hier raus oder ist sie wieder zurück ich hab jetzt nicht auf die Richtung geachtet ich vermute dass man da das Kerosin mit transportieren kann so jetzt wird es gefährlich hier jetzt wird es sehr sehr gefährlich ah deswegen lauf ich mit Jill hier rüber so damit ich ähm mit der Schrotflüter jedenfalls mehrere gleichzeitig treffen kann was hier wenn ich da nicht hochgehe müsst ihr ja müsst ihr doch irgendwer muss ja wieder rauskommen ne bitte ja jetzt sind wir gemeinsam hier dabei ne hallo Billy so ich wollte wenn es so kleine Viecher sind wechsle mal kurz auf die Piste aber austauschen nein ich will nicht alle ich will nur paar ja aber das Problem ist ja jetzt was ich packen wächst nochmal paar rüber wir haben halt nur 12 Schuss mit ihm und wir brauchen mehr weil sie hat ja auch noch nicht noch die Schrotflüter aus austauschen wir können nur alles geben ähm machen wir dann alles ups laden wir mal mit ihm nach kombinieren ich 700 ich wil jetzt eigentlich gerne zurück und den Koffer wieder ne so aber wir ziehen es jetzt so durch los geht's wir kloppen es jetzt gemeinsam durch ich weiß nicht ob wir jetzt schießen müssen oder wir jetzt verbrennen müssen Weil ich hätte das Verbrennen gedacht. Oh ne, die haben sich ja komplett aufgelacht. Wie kannst du jetzt hier durch? Glaube ich. Oh fuck. Zurück. Ich habe noch nicht eingestellt, dass wir im Team arbeiten. Ups, zurück, zurück, zurück. Sorry. So, jetzt aber. So, perfekt jetzt als Team. Los geht's. Jetzt, 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 jetzt. Los geht's. Schnell durch. Einfach da auftreten. Wo geht's hier lang? Aha. Oh. Ja, wir müssen hier schnell durch. Weil, das sind doch ein bisschen zu viele, ne? Ach stimmt, hier war ja der Skorpion, ne? Ein Loch in der, ein Klapsdach in der Decke und dann geht's hier auch runter. Leiter herunterknüpft. Ja, gehen wir mal kurz runter. Ich will noch kurz mich hier umschauen jetzt. Aha, perfekt. Jetzt sind wir hier. Und du hast ja das Teil, ne? Ah. Rebecca. Ups, nein. Ah, mach wer anders. Ja, ich will es noch zur Rebecca wechseln. So. Äh, obwohl, ne, mach ich es anders. Austausche. So, jetzt aber. Dann können wir diese Kiste hier öffnen. Oder den Koffer, ehrlich gesagt, meine ich. Und dann. Kombinieren. Untersuchen. Jetzt kriegen wir ihn auf, ne? Öffnen. Ja, Aktenkoffer. Da ist was drinne. Blaue Keycard. Von Jimmy Lewis. Express Station. Okay, Security System. Nehmen wir. Ja, perfekt. So, aber. Wir nehmen das wieder. Ups. Wir nehmen jetzt alles wieder zurück. Weil Rebecca hat ja sehr viel. Zack. Und dann wechseln. Und dann müssen wir jetzt gucken. Also. Ja, ja, ja. Haben wir schon. Oder gehen wir jetzt mal hier weiter. Und jetzt müssen wir gucken. Ähm. Wie? Wie weiterkommen. Wo wir die Karte einsetzen können. Ich habe eventuell schon Vermutungen. Nehme ich hier links direkt. Das ist meine Vermutung, Freunde. Der K-Laser geht. Die Tür öffnet sich. Wer ist die Karte? Der hier, ne? Verwendet. Die Tür wurde aufgeschlossen. Diese Karte braucht sich mehr wegwerfen. Ja. Perfekt. Wir nehmen Rebecca und dann los geht's. Oh. Das ist Delta Team. Das ist Delta Team. Wir haben kontrolliert den Karte. Over. Das ist die Tür öffnet. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost three miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About ten minutes, Stu. Huh? What happened? Albert, we're going to get through. We're going to see you again. We're going to get through the same thing. And here are they just died. The truck is always faster. Oh oh. The motor is really faster. He can't repair it. Okay. I can also not have a handle. I can also not have a handle. I can also not have a handle. Ai, 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 ai. Karte. Here through. Oh, my stream is there. Wait, 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 wait. That's not good. One moment. Vielleicht is a thing. Okay. You're going to make it? Alright. Okay. Yeah. Nun, das Internet ist jetzt natürlich weg, das ist doof. Ich schalte es nochmal kurz nach außen ein, einen Moment. So, dann machen wir mal weiter. Zwar ist es nicht wieder zurückgekehrt, aber ich will jetzt ein bisschen weiter machen. Gehen wir wieder durch. Bremsenbedienungsanleitung. Verwendung der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremse erfolgt in drei Schritten. Erste Steuerung aktivieren. Die Steuerung befindet sich an folgenden Orten. Okay, ich schreibe mir mal alles auf, damit ich darauf klarkomme. Einen Moment. Wo ist denn mein Teil? Da. Das war ein anderes. Hä? Wo ist das denn? Bin ich doof? Wo ist denn mein Editor? Fuck. Ich finde sie nicht mehr. Genau. Da. Da. Habs. Da. 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 Dasgewirztl. Da. Du. Was? Nein. Magnetkarte in das Gerät Magnetkarte Einstecken Ja Oh, Verbindung zum Chat wird wieder aufgebaut Vielleicht klappt es jetzt So, Schritt 2 Code für hinteres Deck eingeben Code für hinteres Deck Zweitens Code für hinteres Deck eingeben Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um Sperre zu lösen Danach kann der Code für die Fahrerkabinette Danach Code für Barerkabinette Ja Drittens, Alter, was denn noch Ja Okay, warte, warte, das ist schon Schritt 3 Ups, Alter So Danach Nach Abschluss dieser 3 Schritt können Sie die Bremse manuell bedienen Eingeben Danach Bremsen Manuell Bedienen Ist das mein Internet jetzt wieder da? Ich hoffe es doch mal Weil bei mir steht der Stream immer auf 0 Das ist natürlich blöd Warte, 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 anscheinend funktioniert mein Internet, aber nicht der Upload selbst, das ist natürlich interessant So, ja, mein Internet sollte funktionieren, aber mein Upload funktioniert nicht oder das Twitch da, das könnte eventuell sogar sein Das ist jetzt natürlich grob, egal Verlassen Ja Äh, wer bleibt zurück? Äh, Rebecca I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the break Then you apply the break from here, okay? Alright Billy What? Be careful Yeah Okay, warte Oh, lol Versuch ich mich spät noch einmal Oh, fuck Timelimit Okay, gut, dass ich ihn genommen habe, weil er hat die Munition Schnell los, schnell, 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 schnell los Oh, Internet ist wieder da Internet ist back, Internet ist back, ja Oh, nice Internet, ha I'm back Oh, oh Oi Wow Will Oi, 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 oi Bam, Junge Intergesicht Ich habe es nicht gespeichert, scheiße Fuck Oh, da steht schon wie jemand wieder auf Oh Warte, was war der erste Schritt nochmal? Steuerung aktiviert, Fahrerkabine im ersten Wagen Steuerung aktiviert, erster Wagen, erster Wagen Ist jetzt der erste Wagen hier? Steuerung aktiviert, Fahrerkabine im ersten Wagen Ist das, das ist das blöde? Ist das jetzt der erste Wagen oder? Ist das jetzt der erste Wagen oder? Ist das jetzt der erste Wagen? Oder der letzte Wagen? Oder der letzte Wagen? Was ist das überhaupt? Da leuchtet es, oder? Äh Ich hoffe, ich kriege das hin, aber Ich weiß jetzt nicht wo What? Na So Fuck Ich habe nicht so viel Zeit Hier etwas? Nein Ich muss jetzt ganz zurück Oh, lol Der ist ja noch nicht tot Geht's hier hoch eigentlich? Karte Theoretisch geht's hier hoch Wahrscheinlich da Oben Ich geh mal nach oben Fuck Ich muss mal gucken Ich muss sagen Ich habe legit keine Ahnung Das sage ich zwar Aber die Beschriftungen sind halt kacke Ja Fuck Ich werde 100 pro sterben Sag ich sie euch Na hier runter Fuck Hier vielleicht? Ich muss jetzt alles abgehen Fuck Das ist nicht die Fahrerkabine Auch nicht die Fahrersabine Scheiße Scheiß Wesker, Alter Wesker ist ein Arschloch Hier durch Oh Ich bin ein Idiot Ich bin ein Idiot Ich bin ein Idiot Fahrerkabine Natürlich Ich suche die ganze Nacht im Raum Aber Fahrerkabine Ist ja Der scheiß Kontrollraum Zurück Zurück Scheiße Ich kenne dich auf Sie wechseln Oh, ich bin so ein Idiot Alter Ja toll Ich bin doof Und tot Schaffe ich nicht Ja, da laufen die schon Fuck Na hallo Ich will Karte öffnen Bruder So Sorry Freunde Ich bin einfach zu doof Ich bin sehr doof Da stehen sie alle auf Vielleicht schaffe ich das jetzt Da durch zu laufen Boah, bin ich ein Vollhonk Ich sterbe Ich sterbe hundertprozentig Ja Der muss hier weg Der ist halt hier leider Echt unwinzig platziert Schnell zurück Oh fuck Ich sterbe jetzt Nein Nein Halbe Stunde Progress geht verloren Alter So Jetzt Jetzt spüre ich es leider Fuck Fuck Ärgere ich mich Und hier haben wir auch eine Karte Magnetkarte Ja Ich bin einfach blind losgegangen So Komm Ich schaff es nicht mehr Aber vielleicht Funktioniert es ja noch Da Hallo Oder Pistolenmunition Okay Aber ich bin so nervös Wartet kurz Freunde Ich muss nochmal lesen Steuerung aktive Fahrerkabin im ersten Wagen Irgendwo muss ich auch hier die Steuerung aktivieren Irgendwo muss ich die Steuerung aktivieren Ich sterbe jetzt hier leider Oder war ich doch richtig gerade Steuerung im ersten Wagen aktivieren Oder meine ich wirklich den ersten Wagen ganz hinten Weil dann verstehe ich es halt legit nicht Hier ist nichts Hier ist einfach nichts Ne ich muss Ja ich kann nichts machen Ich muss zurück wahrscheinlich Ich weiß wirklich nicht Ich weiß wirklich nicht Wahrscheinlich meine ich den Wagen ganz am Arsch Ja ich bin tot Schnell durch Ja bin tot Ende Ja You are dead Und jetzt muss ich komplett von vorne Ah Oh ne Das war jetzt ärgerlich Spiel an Ja Nein alter Ich war zu doof Es tut mir leid Es Ich war zu doof einfach Ich war zu doof Jetzt muss ich alles von vorne machen Weil ich zu doof war Alles meine Schuld Alles meine Schuld Oh Aber immerhin weiß ich jetzt Was ich machen muss So ungefähr Zumindest Ah Sorry Freunde Sorry So Was wir jetzt erstmal machen Ablegen So Wir Holen jetzt diese scheiß Ähm Ich war Diesen scheiß Ring Der war jetzt wo Oh die Maus stört mich gerade dort Der war da am Arsch der Welt Okay Nochmal 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 So Hier durch Oh Das 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 spielt auch ein bisschen Clunky Macht euch Ärgert mich ein bisschen Und hier Schingen ja gleich Alle auf Aus ebenem Grund So Wie Wir alles machen Ich weiß auch jetzt wo Lange Jepals So Komplett zurück So Und jetzt sind wir hier Okay Jetzt müssen wir kurz Items gucken Ähm Warte Machen wir es anders Wechseln rüber Der ist ja relativ Tanky Ablegen Wir brauchen gleich Oh nein 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 Lassen wir das scheiß Ring hier Ja So Rebecca Sollte eigentlich Erstmal hier Bleibe So Wir schaffen es ja mit ihm Schon Hoffentlich Dann gehen wir jetzt Nochmal die Scheiße Da hoch So Damit es schneller läuft Dann muss ich gleich Gucken wie ich das mache Komplett zurück Ich sollte die Munition Wahrscheinlich erstmal Komplett ihm geben Ne Später Dann hier hoch 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 Ja Dann hier durch So Ja Runter Der ist noch nicht tot Jetzt aber So Ja Ja Ein bisschen gezappelt Wehe Der lebt doch noch gleich Alter Untersuche So Gib mir den zweiten Ring Jetzt Ja Ja Ich weiß schon Einfach durch Einfach durch Jetzt müssen wir noch kurz gucken Ups Wo die Scheiß Nochmal war Ah Nicht allzu weit weg Das ist schon mal gut War ich hier schon War ich hier schon Ich komme nochmal hier nach Um sicher zu gehen Nein Okay Dann Und Okay Wir Ich bin So, schnell hier weg Und dann hier runter Ja Ah, das dauert ein bisschen zu lange So Jetzt sind wir hier Ein Atem müssen wir leider erst mal droppen Wo können wir das ablegen? Ja, perfekt Ja, ja So Wo ist das Messer jetzt? WTF Ist das Messer jetzt komplett weg? Ah ne, da Wo ist das da, Alter? Die Messer soll nicht komplett weggehen So Und wir haben die Karte, ja Dann nehmen wir das Messer mal mit So Können wir Können wir sie jetzt wieder rufen? Wir rufen sie mal so Wir rufen den ganzen Weg kurz mit ihr zurück Baut mir jetzt ein bisschen Ha, ha, ha Ich möchte jetzt gleich gucken, welche Scheiße die meinen So Warte kurz, ich will mal, oh ich hab keinen Platz mehr, ne? Habe ich Platz? Nein, dann müssen wir es gleich so durchziehen So, Steuerung aktivieren, Fahrerkabine im ersten Waggon, hinteres Deck von Waggon 5 Warte kurz, so, da, na dann, ups, da, 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 Dann, wieder im Team agieren Team, so Warte mal, du hast ja noch einen Slot frei, ne? Ich will jetzt hier speichern einmal Weil, bevor ich den ganzen Weg hier zurückgehe Wo ist das überhaupt, ja? Das muss doch hier sein Hinter mir Na, da unten, wow Unter der Pistole, hallo? Bruder Nehm, so auf Der will sich aufnehmen So, jetzt Ja, ich will speichern Ja So, jetzt aber Sehr gut Und dann zurück Und dann lassen wir das Item wieder hier Wir haben jetzt, wir haben noch genügend Ablegen Wir sollten vielleicht nicht so geizen So So, da du die Karte gerade hast Gehen wir gemeinsam da durch So, und du machst das jetzt bitte auf Ah, näher ran, ne? Ja Ah Ah Was? Ein Kartenleser Ich hoffe es nicht Ja, wir haben noch die richtige Karte Willst du dich verarschen? Hä? Okay Ja, bitte Das haben wir schon gesehen Die sind ja schon tot So, bevor wir das machen Geben wir ihm mal Upsa Austauscher Zack Ups So Mit dem Messer So So, los geht's Das haben wir auch schon gesehen Und jetzt müssen wir Ganz nah hinten Wahrscheinlich So Steuerer, die Steuerer findet sich am Folgen Die Steuerungen Fahrerkabine im ersten Wagen Hinter Also in zwei Orte Nur das Problem ist halt Das ist ja die Fahrerkabine hier Deswegen Ich verstehe halt nicht Was wir hier nicht aktivieren sollen Denn normalerweise müsste hier hier was sein Das frage ich mich halt Warte kurz Ich will es jetzt nachlesen Weil das ärgert mich schon ein bisschen Oder sitzt Jill gleich an der Steuerung Das kann ja auch sein So Wartet 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 Freunde Egal So Wer bleibt zurück Rebecca Ja 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 So Direkt erstmal die Karte hier mitnehmen Magnet Karte brauchen wir Dann nehmen wir die Munition hier Zack So Rebecca sitzt an der Steuerung Deswegen Schätze ich mal Dass wir jetzt komplett erstmal zurückgehen müssen Los geht's Und jetzt kloppen wir uns erstmal durch Los geht's So Einfach von hier drauf Alter Steh auf Steh auf Na Fuck Weg mit dir Schnell zurück Oh lol War der runtergefallen Steh auf Steh auf Steh auf Steh auf Komm ich muss hier erstmal alles hier wegräumen Oh das war knapp Schnell nachladen Der hat nur noch einen Schuss oder so Kombiniert Zack Laufen wir hier durch Der steht gleich wieder auf Ja da tut das schon Los geht's Wir müssen jetzt hier durch Ganz nach hinten Ganz nach hinten Und jetzt stehen hier aber leider alle hier auf So Du bist halt mein tanky boy Deswegen musst du So Wie er so von aufstehen Habt ihr gesehen Ho 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 So jetzt sind hier alle Aufstehen Ja Ja alle 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 müssen dauernd Alter wie viel die fressen Das ist doch ekelhaft ne Ein Heller Sehr schön Die verspüren hier Einfach den Verdammten Weg Jawohl Heller Noch einer Oh Was Nein 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 Das ist so insane Einmal Zweimal Alter Ich hab keine Muni mehr Acht Schuss nur noch Und die sind nicht alle tot Oder doch Alter Das ist schon ein bisschen insane Wie viele Schüsse die brauchen Schon krass Stars Ich hab auch kein Messer gerade Das ist ungünstig Guck mal wie es aufschnitt Ich kann nicht durch Ja toll Kein Schuss mehr Das ist doch nicht dein Ernstspiel Also ernsthaft Was soll ich denn jetzt machen Ich muss hier Verwenden Das ist zu krass Ich hab all meinen Schuss verbraucht Und die blockieren mir auch den Weg Ich muss sie abschießen Ich muss jetzt wirklich abschießen Ich hab keine andere Wahl So Nehmen wir dich mal mit Ich lass den Slot einmal noch frei Man weiß ja nicht Ob wir noch den Slot brauchen Ich hätte vielleicht doch Irgendwann mit ihr Schrotflinten gehen sollen So Genau hier wollte ich Verwenden Ja Hiermit bedienen sie die Bremse Ach bedienen sie die Bremse Acht ein Vielleicht Perfekt Das war unabsichtig Und so Ah ich musste rechnen Ich muss Ah Zwei Zwei Ah fuck Acht Zwölf Achtzehn Achtzehn Vierundzwanzig Vierundzwanzig Let's watch not zwölf Perfekt Boah Nun das bremst auch Das bremst auch So chill geht's dir gut bitte Aufstehen Rebekah Rebekah I'm here Are you alright Hey Managed to stop the train Yes We managed We have to find a way out Ja Also Alle aussteigen Den Zug Den Zug Abgeschossen Oh Müssen wir nicht mehr zurück Kann ich nicht mehr Oh leuch What the fuck Oh Nochmal nachladen Weil die Das nicht automatisch Mache Das ist nervig So Was ist diese Flasche eigentlich Was bringt die denn Leere Flasche mitnehmen Noch nicht Benzin Können wir eigentlich auch Ich will nur die Heilung gerne mitnehmen Da Okay Das ist eine interessante Wahl Wie die es gemacht haben Bin ich ganz ehrlich Was die Sich dabei gedacht haben Dann gönnen wir uns Das hier Ja Wir müssen aber jetzt mit einem Messer kämpfen Du Weil Stimmt wo ist mein Messer Hab ich abgelegt Ja wo krieg ich jetzt mein Messer wieder her Mein Messer ist komplett weg Weil ich es abge... Oh komm Nicht dein Ernst oder Nicht dein verdammter Ernst Dass jetzt mein Messer weg ist Ach komm Spiel Jetzt mal ernster Das ist dumm Dass ich jetzt mein Messer verloren habe Nein Ja toll Jetzt muss ich mit Rebecca Carrey Okay Das ist sehr dumm Ich muss jetzt hier durch Oh das Ey Das ist jetzt Eine Sache die mich sehr stutzig macht Er kann sich jetzt nicht mehr wehren Ich brauche unbedingt Munition für ihn So wo geht es lang Wir gucken erstmal ob da was ist Der Gestank Dieses Abwasser treibt Tränen in die Augen Okay Hier ist nichts Da geht es hoch Und was steht hier Gefahr Zutaten nur für Befugte Okay Na dann Und hier hoch Seid hoch Ja Ja Oh Mann Ich bin ein bisschen stutzig gerade Messer verloren Die Umbrella Research Center The first general manager Dr. James Marcus Who on earth are those people She's just a rookie A member of stars Hmm What about the male I'm unfamiliar with Attention This is Dr. Marcus Please be silent as we reflect upon our company motto Obedience breeds discipline Discipline breeds unity Unity breeds power Power is life Who are you? It was I who scattered the T-Virus in the mansion Needless to say I contaminated the train too What? Revenge On Umbrella Dr. Marcus Hey what the fuck Das war gerade sehr weird So wir gucken uns jetzt mal hier oben Das sieht halt aus wie die Menschen aus Teil 1 Ist die auch so aufgebaut? Ne Ist die Ausbildungsstätte Ah Naja immerhin haben wir es jetzt In so ein neues Gebiet geschafft Und was ist das? Pflanzen und Speicherteile Und Muni Muni Gib diesem armen Mann Muni Kombinieren Jawohl Was hat denn eigentlich Rebecca? Die hat auch alles voll Ah ne Rebecca Rebecca hat das Messer Ich Idiot Ich bin so ein Idiot So 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 aber Ich mach dann Vorzeitig ne Pause Speicher natürlich hier Ja Speicher hier Nein Bei 4 Natürlich Perfekt Und dann würde ich sagen Das wir später wieder weitermachen Hat mich jetzt ein bisschen geärgert Dass wir jetzt einmal gestorben sind Aber Wir machen das später wieder weiter Freunde Okay Vielen Dank Und bis später Ciao Ciao Ciao